Der Blick in die Vergangenheit weist Klimaforscher Hubertus Fischer die Zukunft. Je weiter er zurückblickt, desto weiter voraus könne er schauen. Zum Beispiel versucht er mit Eisbohrungen das Klima von vor Millionen von Jahren zu rekonstruieren. Und dort gibt es Zeitintervalle, die wärmer waren als heute. Das heißt, es sind Beispiele für Klima, was wärmer ist als heute. Und somit können wir in der Vergangenheit Beispiele finden, wie sich das Klima in der Zukunft entwickeln wird. Es hat sich gezeigt, dass manche Teile des Erdsystems sich zuerst an neue Temperaturen gewöhnen müssen. Die Eisschilde in der Antarktis oder in Grönland beispielsweise schmelzen auch tausende Jahre nach einer Erwärmung weiter. Und der Meeresspiegel steigt an. Bis 2100 ändert er sich noch nicht so stark. Aber in Zeitskalen von 2000, 3000 Jahren haben die Beispiele in der Vergangenheit gezeigt, dass selbst bei zwei Grad globaler Erwärmung vermutlich der Meeresspiegel um sechs Meter ansteigen wird. Gemäß diesen Berechnungen würden Teile vieler Länder, wie hier die rot eingezeichnete Küste Floridas, im Meer versinken. Das bedeutet, auch trotz Pariser Abkommen, mit welchem sich die Mitgliedstaaten auf durchschnittlich 1,5 bis 2 Grad Klimaerwärmung geeinigt haben, dass sich die Erde langfristig weiter verändern wird. Das heißt, auf so langen Zeitskalen müssen wir dann entweder Adaptionsstrategien entwickeln oder das CO2 wieder aus der Atmosphäre entfernen. Um bestmögliche Lösungen für die Erde zu finden, streben die Forscher gemeinsam mit dem bestehenden Wissen ein noch genaueres Bild von der Vergangenheit und somit der Zukunft an.